Hallihallo und herzlich willkommen zu Let's Play mit Lumi und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von This is the Police. Na läuft doch wieder die Kiste. Kein Problem. Zu viel getrunken? Was? Ich kriege gerade echt schlimmes Sodbrennen. Ja, komm, da nimmt man mal ein bisschen Riopan. Was ist er? Unser Haus ist abgebrannt. Und wir brauchen Zeit, um uns zu sammeln, dann die Beerdigung zu planen. Der Vater war noch drin. Das ist natürlich schlechter, würde ich sagen. Nach Feierabend kann er nochmal die Beerdigung organisieren. Boah, ein herzloser Polizeichef. Into the Breach, number one. Von Ogre. Okay, ne, wird ein bisschen moderner, ne? Müssen wir uns nochmal ein bisschen Schubbeng kaufen. Alter Verwalter. Da kommen die Bässe. Was haben wir denn hier? Erregung öffentlichen Ärgernisses an der Bushaltestelle. Ein ungepflegter Obdachloser. Ähm, was? Eine Frau hat ihm etwas Geld angeboten, aber er fing an zu bellen und bisschen mehrfach in die Hand. Hehehe. Entschuldigung. Das ist nicht lustig. Da schicken wir nochmal zwei fitte Leute hin. Und dann gucken wir uns mal den Diebstahl im Restaurant an. Und da schicken wir auch nochmal zwei grüne Zigarettenetwie gestohlen. Das ist natürlich traurig. Besonders, wenn die Kippen noch drin waren. Geiselnahme im Strip-Club. Hallo, eine Frau ist in den VIP-Bereich geschlichen und hat eine Stripperin als Geisel genommen. Sie hat ein Messer und scheint es ernst zu meinen, sagte der Türsteher des Clubs. Ähm. Birdie oder Powers? Das ist hier die Frage. Wir schicken mal Powers. Und dann hoffen wir, dass wir vielleicht, wenn wir Verstärkung schicken können, schon wieder hier ein bisschen Odat oder Fontenot. Ähm. Zack. Zurückkriegen. Was? Mr. Sain hat seinen Zigarettenetwie aus Versehen auf der Toilette des Restaurants vergessen. Okay, Leute. Kommt zurück. Kommt zurück. Kommt zurück. Wir brauchen euch wahrscheinlich als Verstärkung. Aber den beißenden Obdachlosen, den haben wir geschnappt. Hier, die gehen zurück. Die fahren hin. Könnte klappen. Dass wir vielleicht noch Verstärkung schicken können. Die Stripperin kniet am Boden und neben ihr steht eine Frau mit einem Messer. Sie streicht mit der Klinge langsam über die Wange der Stripperin. Dann schreit sie. Ich werde dich von deinen Sünden reinwaschen. Einwaschen. Oh, 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 oh. Auf die Frau zählen oder? Ist das die Stripperin? Bäh. Gut. Ähm. Zählen wir direkt auf die Frau? Taser ist keine Option. Wer von uns ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Ja. Zum Glück ließ sie sich davon überzeugen. So, jetzt haben wir eine Selbstmorddrohung und eine Kindesmisshandlung. Kindesmisshandlung zwei Leute. Selbstmorddrohung zwei Leute. Das bedeutet, wir könnten eigentlich die beiden hier hinschicken und Kindesmisshandlung. Irgendeine Mutter hat beschlossen, ihren Sohn für schlechtes Verhalten in der Schule zu bestrafen. Sie hat dem Jungen ein Tütü, eine Perücke, Spitzenunterwäsche und Frauenschuh angezogen und ist mit ihm in den Supermarkt gegangen. Boah, Leute. Ich meine, man weiß es nicht. Vielleicht wollte der Junge das auch freiwillig tun. Fühlt sich wohler als Mädchen, aber wenn das wirklich eine Bestrafungsgeste sein soll, also unterste Schublad, ist ja richtig Psychoterror furchtbar. Dafür muss sie zur Verantwortung gezogen werden. Prostitution Route 22. Mein Mann hat wieder mit dem billigen Schnaps angefangen. Und ist mit Freunden zu den Hohen gegangen. Hat sich die wütende Ida Martinez beschwert. Da sind Dutzende Prostituierte und ihr Polizisten tut nichts. Wenn ihr die Gegend nicht aufräumt, dann steige ich in meinen Wagen und fahre diese Nutten zu Brei. Ne, ne. Das lass uns mal erledigen, bitte. Ja, wir machen das mal so. Gut. Die Selbstmorddrohung haben wir erfolgreich erledigt und die Kindesmisshandlung auch. Die Mutter haben wir dingfest gemacht. Und dann wird sie in... Das ist keine gute Strafe, ne. Sie in Herrenklamotten zu stecken. Schon wieder. Was haben die jetzt alle gegen Prostitution plötzlich? Weiß es nicht. Vandalismus im Stadtzentrum. Wir können nur Powers schicken. Ja. Aber hier können wir wieder. Zerstörung von Privateigentum. Das ist das dritte Fenster diesem Monat beim Fußballspielen. Und Vandalismus. Täter entkommen. Aber sonst alles gut. So. Die meisten Frauen zerstreuen sich, aber eine von ihnen merkt nichts und steht weiter im offenen Autofenster, wo sie mit einem Kunden verhandelt. Ja. Schneiden ihr den Weg ab mit dem Auto und dem Mannschaftswagen? Ich glaube, die ist vor Schreckerstart. Mord. Mord ist nicht gut. Aber was haben wir für Optionen? Purdy und Kojak wären Optionen. Stadtverwaltung. Heute halten wir ein wichtiges Seminar für Angestellte des öffentlichen Dienstes ab. Wir müssen dafür ein paar Teilnehmer zusammentrommeln. Schicken sie einen Polizisten, der aufmerksam zuhören. Notizen machen. Bla bla bla. Da können wir jetzt Powers schicken. Und hier schicken wir Purdy und Kojak. Ein Mann hat seine im Rollstuhl sitzende Frau die Treppe hinuntergestoßen. Ich weiß nicht, warum er das getan hat. Sie schienen so ineinander verliebt. Vielleicht ist er auch nur abgerutscht, aber trotzdem nicht gut. Prostitution auch wieder geklärt. So, wahrscheinlich kommt jetzt noch irgendein Fall von Massenschlägerei oder irgendwas. Würde mich nicht wundern. Mord in the last picture show. So, wir gucken uns den Schmuggel an. Keine neuen Ansichten. Drogenbesitz. What the fuck? Detektiv ist bei Ermittlungen ums Leben gekommen. Na, holy moly. Soweit ist es schon. Während einer Vorführung des Films Crazy Arms hat ein älterer Mann ein Pärchen erschossen, dass er ihn in der nächsten Reihe küsste. Bitte was? Der Leiter des Kinos hat die Polizei gerufen und berichtet, dass der Täter befohlen hat, dass alle Zuschauer sitzen bleiben und der Film weiterlaufen soll. Sage ich doch. Das ist schon eine Riesennummer. Da schicken wir mal alles, was wir so zur Verfügung haben. Und da müssten wir hier mal langsam gucken. 125 Detectives ist auch Mist. Ach, du Schande. Unser Drogenbesitz. Oh, der ist natürlich. Die haben alle frei erschossen worden. Haben die sich gegenseitig erschossen, oder was? Alter, wir müssen schnell. Wir müssen morgen unbedingt die Fälle lösen. Ja, alle beide morgen lösen. Können wir hier noch ein paar hinschicken? Nee, eben nicht. Eben nicht. Huiuiui. Okay. Jetzt gucken wir noch, ob wir diese Geiselnahme im Kino hier erfolgreich wenigstens erledigen können, nachdem uns schon zwei Detectives löten gegangen sind. Und Jack, die Jungs wollen heute Abend Poker spielen. Wollen sie mit einsteigen? Wollen wir mal ein bisschen pokern? Ach, komm. Wie viel Geld nehmen sie mit? 10, 20 oder 30? Komm, wir nehmen mal 10.000 mit. Mal eine Runde pokern, oder? Mal gucken. Mit 10.000 Einsatz, das können wir schon mal machen. Und Mord im Kino mit SWAT. Tipptopp. Okay, Tag beenden. Und jetzt können wir pokern? Äh, Papierkram. Ja. Gut, wir haben noch Detektivstellen frei. Ich weiß, so viel ist das nicht. 200 Dollar. Aber haben oder nicht haben? Vielleicht gibt es für Detektives auch ein bisschen mehr Gehalt. So, dann pokern wir mal eine Runde. Cool. So, Jack. Wir sind, genau. Wir haben hier den, äh, Jan wahrscheinlich, Carlos und Florian. Was spielen wir denn eigentlich für eine Art Poker? Wir haben 9 König. Ach, das ist kein... Okay, König 9. Pot sind 400. 9 König. Wir haben kein Paar, aber sehen wir nicht, was in der Mitte liegt. Okay. Wir werden mal, ähm, schieben. Schieben alle. Dann decken wir auf. Ach nee, gucke hier. Jetzt, genau. Jetzt kommt's. Gut. Und wir haben 9 König. Haben nichts getroffen. Wir werden nochmal schieben. Und ansonsten defensiv bleiben. Er setzt mit 200. Ähm... Pieckönig, genau. Nö. Wir... Wir legen weg. Mal gucken. Wir hätten nichts getroffen weiter. Gut. Dame, Paar hätten wir gehabt. Da war der auch. Und wir hätten 2 Pair. Alles klar, Florian. Nö. Wir müssen hier schon defensiv. Das müssen wir jetzt machen, Leute. Tut mir leid. Einfach vorspulen. Ja. Wenn du sagst, hier, oh, jetzt pokert der hier. Und this is the police. Ist ja nicht meins. Gut. 6, 7. Boah, wir setzen einfach mal aggressiv. Setzen wir mal halben Pot drauf. Einfach mal, um so ein bisschen was drauf zu hauen. Ähm... Gut. Problem ist, wir haben nichts getroffen, leider. Frage ist, ziehen wir den Bluff jetzt durch? Müssen wir eigentlich mal machen. Setzen nochmal einen halben Pot. Ja, jetzt haben wir geblufft. Die ziehen leider alle mit. Bube noch. Ja. Gut, wir schieben. Jetzt ist der Pot zu hoch. Jetzt müssen wir zu viel, zu viel reingehen. Er setzt natürlich, aber nur 200. Der Pot ist so groß, die 200 hauen wir nochmal mit drauf. Auch wenn wir nichts haben, vielleicht treffen wir nochmal was am Ende. As, 2, nein, ist nicht. 6, 7, 8. Schieben, wenn der jetzt nochmal erhöht, dann, ja. Leute, müssen wir raus. Wir haben ja, wir haben ja nichts. Die 400 werden dann jetzt noch zu viel bezahlt. Guck, der hat die 8 getroffen. Der hätte ein Asspärchen gehabt. 3, 6. Ach, Leute, wir haben aber auch ein Pech. Mit der Karten. Na, wir legen weg. Wir legen weg. Die schieben. Ah, jetzt hätten wir getroffen, oder? Hatten wir nicht die 9? Pärchen 9. Pärchen hat man nicht. So, wir schauen einfach mal, was die so haben. Guck mal. Oh. Okay. Alles klar. Bube 2. Das kann man mal setzen. Ähm, 100. Na. Bube 2. Die 2 hätten wir getroffen. Mal ein 2er Pärchen gehabt. Jetzt hätten wir 2 Pär gehabt. Ah, gut. Dame 5. Wir schieben wieder. Ist nicht so großartig. Er hat gleich. Ordentlich rein. Oh, ein bisschen aggressiver spielen, um das hier. Oh, ja. Dame König. Da setzen wir einfach mal. Direkt 400 rein. So. Wir setzen nochmal. Wir gehen jetzt aggressiv hier rein. Ja. Weglegen. Oh, er will sehen. Wir setzen nochmal. Wir setzen nochmal. Vielleicht können wir ihn wegblöffen. Da mit 2.000. Er will sehen. Mist. Wir haben den König getroffen. Wir setzen mal. Komm, wir machen All-In. Wir machen All-In. Er will sehen. Auch ein König. Den Buben hat er getroffen. Ähm. Ging mir zu schnell. Ich möchte das nochmal sehen. Aber wir haben auf jeden Fall mal ordentlich verdoppelt, Freunde. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Jetzt können wir eigentlich relativ aggressiv spielen. Den Florian müssten wir vom Tisch kriegen. Dame 9. Wir schieben einfach mal. Wir schieben. Alle 3 schieben. Wenn wir jetzt was treffen. Aber wir setzen. Wir blöffen. Wir tun so, als hätten wir von mir aus die 2 getroffen oder was. Und verdoppeln gleich mal hier. Und. Oh. Der Florian ist aber aggressiv. Der ist aggressiv. Wir schieben. Was macht Florian? Schiebt auch. Und die 8. Schieben nochmal. Er legt weg. Wieso denn das? Konnt er nicht schieben? Hm. Verstehe ich nicht. 10. 7. Ja. Aggressiv reingehen. Na. Ein bisschen hier. Er will sehen. Weglegen. Er geht all in. Na gut. Das ist klar. Nichts getroffen. Oh. Die 7 getroffen. Aber wir schieben trotzdem. Die 200 geben wir natürlich mit. Die 200 geben wir mit. Die 10 noch getroffen. What? Ein Flasch gehabt. Hast du gesehen? Alles Herz. Krass. Okay. 3, 9. Ja. Ganz locker hier. So. Er setzt. 800. Er hat geschoben. Wir können eigentlich 3, 9 für 800 sehen. nochmal gucken. Vielleicht. Vielleicht treffen wir was. Oh. Nix. Er setzt gleich ordentlich. Wir legen weg. Carlos hat bestimmt einen König, oder? 2 König, Buhu, 2 Sechsen. So. 6, 8. Guck mal. Florian ist schon mal raus. Und wir sind Shipleader. Das heißt, wir müssen hier ein bisschen aggressiv mal rangehen. Einfach mal den Bot gleich verdoppelt. Er will sehen. Er ist schon mal raus. Jetzt haben wir da mit 10. Wir schieben. Wenn Jan jetzt aggressiv spielt? Nein. Hat er wahrscheinlich auch nichts. Wir schieben nochmal. Er schiebt auch. Und nochmal die 10. Wir schieben. Er setzt 200. Ja. Er wird wahrscheinlich irgendwie ein Ass oder irgendwas haben. Aber für 200 können wir da nochmal mit reingehen. Ja. Hat die Dame gehabt. Und damit die höhere Karte. Dame 9. Wir schieben erstmal. Er setzt gleich 700. Das ist mir zu hoch. So. Wir haben Bube 8. Setzen. Er will sehen. Er will auch sehen. So. 3, 7 in 10. Wir schieben. Er setzt 2500 weglegen. Zu viel, Freunde. Das ist zu viel. Vielleicht hat er uns auch einfach nur weggeblufft. Das kann sein. Dame 10. Wir setzen. Erstmal nur 300. Werden die Einsätze hier gar nicht erhöht mal? Er will sehen. Wir wollen auch sehen. Wir gehen einfach mit 400 und treffen die Dame. Das heißt, wir setzen mal gleich komplett den Pott. Das wir zeigen hier, Leute. Wir haben was Gutes getroffen. Ja, sind sie beide weg. Und haben den Pott bekommen. Sehr, sehr gut. Bube 7. Ja, können wir einfach mal setzen. Ist ein bisschen gering. Die müssten wir ein bisschen erhöhen hier. Er erhöht um 600. Wir erhöhen nochmal. Er will sehen. Okay. Uh. Zwei Astame. Schwierig. Ganz schwierig. Ganz schwierig. Aber offensichtlich hat er auch nichts getroffen. Könnte. Warte mal. Nee. Nee, nee. Nichts. Straße, Freunde. Er schiebt auch. Und Splitpot war es gewesen. Naja, wunderbar. 7, 9. Wir schieben, Freunde. Ist nicht so pralle. So. Ersetzt 200. Für 200 gucken wir uns die dreimal an. So. 7, 8, 9. Ach, nee. Ist nix. Nix getroffen. Auch nix in Sicht. Ja, für 100. Ist halt immer doof, ne? Wenn man immer weiter rein bezahlt. Jetzt haben wir ein Dame-Paar. Haben die anderen aber auch. Nee. Da legen wir weg. Das ist nix. Das ist nix. So. 10, 5. Kann man mal setzen. Kann man mal setzen. Gleich mal ein bisschen eingehen. Reingehen. So. Nichts getroffen. Zeigen wir auch gleich mal. Die haben wahrscheinlich auch nichts getroffen. Sag mal. Wir haben Peak, 3 Peak, 4 Peak. Er hat 2, 9 gesetzt. Wir hätten natürlich eine Chance auf einen Flasch. Die ist aber, weiß ich nicht, wie hoch die ist. Deswegen. Das ist mir nix vorne. Das ist mir nix. Dame 7. Boah. So. Für 400. Ja, komm. Wir bezahlen die 400. Aber langsam müssten wir auch mal wieder einen Pot holen. So, wir haben 2 Pair. Wir haben die Dame getroffen. Das heißt, wir setzen einmal. Wir zeigen direkt an. Komm. Wir haben ein bisschen was getroffen. Er will sehen. Und wir setzen nochmal. Und zwar gleich richtig ordentlich drauf. Komm. Freunde. Ja, ihr Lieben. Gut. Gewinn 9000 stimmt nicht so. Ganz. Da hat er unseren Einsatz dann immer mit drin. So. 4, 8. Er schiebt. Er setzt 100. Ja, für 100 gucken wir es uns an. Vielleicht haben wir Glück. Treffen wir es. Wäre ja gar nicht schlecht. Wir haben nix getroffen. 8, 9, 10 Bube. 8, 9, 10 Bube. Ja, eine Dame wäre nicht schlecht. Oder eine 7 wäre nicht schlecht. Dann hätten wir eine Straße. Und jetzt auf die Straße bieten ist natürlich Risiko, ne? Ist Risiko. Die schieben auch. Ja, die schieben auch. 8, 9, 10 Bube. Ja, ne. Schade. Leider keine Straße. Er hat die Straße getroffen, der Jan. Naja, hat er Glück gehabt, der Gute. So, Ass 8. Wir setzen gleich mal. Wir haben den Ass. Da gehen wir mal ein bisschen rein mit 600. Ah, die haben natürlich noch, die haben die 8 getroffen. Das heißt, wir gehen mal rein mit 1000. Das wird zeigen hier. Ein bisschen was haben wir. Er will sehen. Ja, wir setzen noch mal. Ja, was haben wir denn für ein Paar? Achso, wir haben das 8er Paar. Wir haben das Ass. Natürlich ein Bube-Paar hat. Haben wir schon wieder ein Problem. Aber wir halten mal unser Ass hier ein bisschen. Sehr gut. So, jetzt haben wir 7, 8. Ja, wir schieben. 7, 8 können wir mal gucken. 800 gesetzt. Wir könnten für 800, wollen wir machen. Ich bin neugierig, Freunde. Für 800 gucken wir uns das an. 7, 8, 9. König Ass ist natürlich dabei. Er liegt weg. Hä? Okay. Hätte doch schieben können. 10, 2. Machen wir mal weiter. Er setzt 200 für 200. Gucken wir uns das natürlich an. Und er geht noch mal höher. Komm. 10, 2. Wir haben die 10 getroffen. Wenn er natürlich jetzt den König getroffen hat, wäre er nicht so gut. Also wir gehen mal locker rein mit dem halben Pot. Er will sehen. Okay. So. Ass. Wir gucken mal. Er schiebt auch. Und die Dame. Vielleicht hat er jetzt die Dame getroffen. Er setzt 1800. Ich bin gespannt, was er hat. Komm. Und ich will auch. Ja, hat die Dame getroffen. Und Ass. Alter Fall. Das war teuer. Das war teuer. Also der Carlos, der spielt eigentlich nur, wenn er was hat. Müssen wir uns merken, Freunde. Bube 5. Jetzt müssen wir aufpassen. Jetzt müssen wir aufpassen. Wenn jetzt einer an Ass hat, dann hat er natürlich einen Vogel abgeschossen. Er setzt 800. Komm. Wir spielen defensiv jetzt. Wir spielen defensiv. Müssen aufpassen. Der Carlos ist natürlich der stärkste Gegner aktuell für uns. Und wir müssen gucken, dass wir uns vielleicht ein paar Chips vom Jan noch leisten können. Falls wir dann im One-on-One gegen Carlos sind. So, wir haben Herz. Wir hätten 3 Herz. Wir haben die 2 getroffen. Das heißt, wir setzen einfach mal ganz vorsichtig für 300. Carlos ist raus. Wir haben den Jan. Wir haben nochmal Herz getroffen. Wir schieben. Was setzt der Jan? Er legt weg. Der ist komisch. Jan ist komisch. 9, 3 schieben. Vielleicht haben wir Glück. Setzt 500. Legt weg. Gut. Jan ist komisch. Also setzen wir einfach mal 500. Und wir haben Kreuz getroffen. 2, 3. Wir haben 4 Kreuz. 4 Kreuz. Die Chance auf ein Flasch. Wir schieben mal. Er schiebt auch. Herz 8. Wir schieben nochmal. Er schiebt auch. Und die 3 haben wir getroffen. Das heißt, jetzt gehen wir mal rein. Mit 700. Er will sehen. Und er hat ein paar. Aber. Habe ich jetzt nicht so ganz. Habe ich jetzt. Das geht mir zu schnell. Aber gut. 10, 5. Ja. Kann man mal spielen, oder? Schieben beide. Haben beide nicht viel. Wir haben die 10 getroffen. Das heißt, wir gehen direkt mal hier rein. Mit 1000, Freunde. Er will sehen. Er legt weg. So. Gut. Hier liegt für ihn noch kein Flasch. Was könnte er haben? Wir setzen nochmal. Wir setzen nochmal einen kompletten Pott rein. Er legt weg. Haben wir ihn weggedrückt. Sehr, sehr gut. Also den Jan können wir kriegen. Der Carlos ist schon nicht schlecht. As 10 sieht natürlich verlockend aus. Wir spielen gleich mal die Stärke unseres Asses aus. Hauen da rein. Er ist raus. Jan ist drin. Wir haben nichts getroffen. Wir schieben mal. Gucken mal, was Jan macht. Er schiebt auch. Scheint also auch nichts getroffen zu haben. Das heißt, wir spielen jetzt nochmal einfach unser Ass aus. Mit 1000. Und er legt weg. Sehr gut. Pott gewonnen. So. Wir haben Dame 5. Ist nicht so wahnsinnig viel. Setzt 800. Er legt weg. Komm, wir legen weg. Wir legen weg. Das lohnt sich nicht. Bube 4. Ist ja toll, dass er da immer sagt. Kein Paar. Das sehe ich auch selber. Vielen Dank. Er schiebt. Er schiebt. Also gucken wir es uns an. Wir haben hier Chance auf einen Flasch. Aber auch nicht so wahnsinnig groß. Sonst haben wir nichts getroffen. Aber die beiden wahrscheinlich auch nicht. Jetzt haben wir noch einen zweiten König. Wir setzen einfach mal. Wir gehen mal mit 500 rein. Er will sehen. Und er erhöht. Dann lege ich weg. Ah, der Carlos. Das hat er schon geschickt gemacht. Das war schon nicht schlecht von Carlos. 6, 3. So. Wir haben die 3 getroffen. Und wir haben die Chance auf einen Flasch. Das heißt, wir setzen einfach mal 500 rein. Er will sehen. Er liegt weg. So. Jetzt haben wir noch einen Jan. Jetzt haben wir die 6 noch getroffen. Ähm. Gehen wir noch mal rein mit 1000. Da habe ich mir fast gedacht, dass der Jan da weglegen wird. Wunderbar. Den Jan haben wir bald. Und wir sind Chip Leader. Wollen wir jetzt nicht völlig verkacken. 6, 5. Nicht so wahnsinnig toll. So. Das ziehen wir hier durch die Folge, oder? Das Pokerspiel. Ah. Wir haben 6, 5. 4, 5, 6. Bitte 7. Wären wir ganz weit dabei. 7 und 3, ne? Wäre Chance auf Straße. Aber wir schieben mal. Ass, 2. Ja. Die 3 fehlt. Hat jetzt jemand einen Ass getroffen? Carlos offensichtlich nicht. Die 5 haben wir... Wir haben ein paar getroffen. Wir setzen mal vorsichtig 300. Er will sehen. Er legt weg. Und wir gucken mal. Er hat 2 Paare. Na gut. Aber wir haben ja auch nur leicht angespielt, ne? Dame Ass. Einmal setzen. Einfach mal gucken. Er will sehen. Er legt weg. So. Dame getroffen. Wir setzen nochmal. Er legt weg. Sehr gut. Der Pod muss größer werden, Freunde. Wir setzen direkt mal... Die Einsätze müssen höher werden. Das lohnt sich ja überhaupt nicht. Nochmal die 9 getroffen. Wir setzen nochmal, Freunde. Und zwar gleich direkt hier. 2000. Er will sehen. Ich hoffe, dass wir mit dem Drilling vorne liegen. Aber natürlich... Ne. Ne, 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 ne. Ein Flasch kann er nicht haben. Weiß ich nicht. Wir setzen nochmal... Voll rein hier. 6000. Er legt weg. Hehehehe. Haben wir ihn schön geschröpft. Haben wir ihn schön geschröpft. Ass 10. Wir müssen jetzt aggressiv hier mal reingehen, Freunde. Direkt mal so, dass der Jan alles setzen muss, wenn er weitermachen will. Carlos will sehen. So. 10 getroffen. Weiter geht's. Direkt nochmal mit 2, 7 rein. Er legt weg. Ja, wir müssen jetzt... Wir sind Chip-Leader, Freunde. Wir müssen jetzt aggressiv... Aggressiv hier... Reinspielen. Sag ich und spiele aber mit dem König 4 ein bisschen vorsichtig. Haben den König getroffen. Müssen jetzt direkt hier ordentlich reingehen. Gleich zeigen. Hallo, Freunde. Da ist was... Dabei. Einsätze sind zu niedrig. Kann sich nur noch um Stunden handeln, Freunde. So, 3, 6. Wir schieben. Vielleicht ist der ein oder andere Pokerspieler bei euch dabei. Ich hab's manchmal so ein bisschen aus Hobby und Jux und Dollerei gemacht. An Drillingen, die ich da habe, haben natürlich jetzt die 8 oder 9 getroffen. Hätte, dann wären wir ganz weit vorne gewesen. Er setzt mal 800 rein. Erhöht um 2000. Nö, da mischen wir uns nicht mit ein. Na toll. Jetzt hat er ihn weggeblöfft. Das war Quatsch von Jan. Da hätte er natürlich drinbleiben müssen. Die 100 bringst du ihm jetzt auch nicht mehr. Komm, wir gehen mal mit 300 rein. Jan ist all in. Na klar. Er will sehen. Bezahlt mit Astame. Nicht so pralle. Wir schieben nochmal. Er setzt 800. Möchte ich nicht. Was hat er? Flasch. So, Jan ist weg, Freunde. Jetzt könnte es ein bisschen schneller gehen. Alles oder nichts, ne? Platzierung zählt nicht. Das ist übrigens Jack. Okay. Und wo ist der andere? Wo ist der Carlos? Der sitzt uns gegenüber, oder was? Nun, ja, oder? Ist das Carlos? Ich weiß es nicht. Dame 9. Dame 9. Wir schieben. Er schiebt auch. Wir haben die 9 getroffen. Wir setzen mal direkt 1000 rein. Er legt weg. Ja, haben wir den läppischen Pott bekommen? Das ist natürlich nicht viel. So, 6, 3. Wir müssen setzen jetzt immer. Ich meine, Pott stehlen macht nicht viel Sinn bei diesen geringen Einsatz. Es sind 200, die wir da kriegen. König 3. König 3. Wir setzen einfach mal 500. Ich bezahlte. Er erhöht um 800. Ja, wir wollen sehen. Er schiebt so. Wir schieben. Wir haben nichts getroffen. Er setzt. Wir legen weg. Carlos ist ein guter Spieler. Der spielt nur, wenn er was hat, glaube ich. Par 5. Wir schieben mal. Er setzt 800. Und jetzt erhöhen wir, Freunde, um 1000. Er will sehen. Okay. Wir setzen. Wir spielen immer noch unser 5er Paar. Er legt weg. Zack. Das hat sich schon mal gelohnt. War schon mal ein bisschen besser. So, Ass 4. Ja, wir müssen das Ass spielen. 500 rein. Er erhöht um 700. Ja, wir gehen einfach mal mit und gucken mal. Ass 4. Wir schieben. Er schiebt auch. Ja. Er geht rein. Wir legen weg. Lohnt sich nicht. Der Pott ist zu klein. Dann kommt das hier nicht in Schwung, Freunde. Das ist das Problem. Er legt weg. Gut. 200. Lohnt sich nicht. 10, 6. Wir setzen nochmal. Er legt weg. Wieder 200 bekommen. Ist doch nicht schlecht. Besser als nix. Aber damit kommen wir nicht weit. Dame 7. So. Wenn er setzt, hat er was. Okay. Warte mal. 7. Bubedame. Nein. Nichts Gutes. Er schiebt auch. Die 5 bringt uns auch nicht viel. Er geht doch nicht rein. Ich hätte gedacht, er geht nochmal rein. Er setzt jetzt nochmal. Ja. Spielt sein, weiß ich nicht was, sein König aus oder was er hat. König 5. Wird eine mega Poker-Volke. Merkt doch schon, ne? Ja, jetzt bin ich auch ehrgeizig. Jetzt möchte ich auch. Guck mal, wir haben 2 Pi. König 7. Chance auf den Flasch. Wir wollen sehen. 7, 8, 9. Das ist aber Karo. Herz bringt uns mal nichts. Er schiebt aber auch. Buben haben wir noch. Bringt uns auch nichts. Er geht rein. Habe ich mir gedacht. Ja, wir sind schon mit so viel drin. Da können wir die 300 auch noch bezahlen zum Sehen. Bubedame. König. Na, bringt nichts. Schieben. Und er wird... Mal gucken, was er hat. Och. Da hat er mal auch nichts gehabt. Ass 7. Erkligen. Also, jeder haut nur 100 in den Pot rein. Das ist halt Quatsch, ne? Es ist nicht mit Small Blind und Big Blind irgendwie. Was mich ein bisschen verwundert. Oh. Wir müssen ihn irgendwie mal richtig abziehen. Oh ja, jetzt setzen wir mal. Wir setzen mal 200. Ja, er erhöht um 700. Und wir erhöhen um 1300. Er will sehen. Jetzt könnte er natürlich mit dem König vorne liegen. Ist mir aber egal, Freunde. Ich will jetzt hier mal Buddha, Beide, Fische. Wird mir sonst so blöd. Und wir machen einfach mal... Also, wir setzen so viel, dass er all in gehen muss. Macht er auch. Wenn er jetzt natürlich einen Ass hat, haben wir verkackt. Und er hat ein... Oh, Dame-Paar. Ja gut, haben wir uns verzockt. Aber was soll's. So, 9-3. Also, sonst geht das hier noch ewig. Wenn wir weiter locker gespielt hätten, hätten wir wahrscheinlich das gewinnen können. Aber das wird hier... Wird so lange, Freunde. Wird so lange. Mega-Poker-Folge. So. Wir setzen mal 200. Ja. Ihn bisschen anfüttern. Er erhöht um 900. Und wir gehen jetzt wieder all in. Können wir mal gucken. Vielleicht können wir verdoppeln. Und er hat das Ass getroffen, leider. Aber er hatte nur... Hatten wir auch? Er hat ein Königpaar und... Egal. Wir liegen wieder vorne, Freunde. Er schiebt auch. So. Wir haben nichts getroffen. Karo, Chance, gering auf dem Flasch. Aber nicht so wahnsinnig hoch. Zweier-Pärchen hat er aber auch. Und die 7 bringt uns auch nichts. Okay. So. Wir schieben. Er schiebt... Dame 5. Ja, jetzt hat er bestimmt irgendwas getroffen, oder? Ja, habe ich mir gedacht. Weg damit. Ja, wir haben ja die Chance, zu gewinnen. Ich bin doch da ehrgeizig. 6, 9. Wollen wir einfach mal was setzen? So 200. Einfach mal gucken. Für 200 will er sehen. So. Wir haben die 6 getroffen. Wir haben 2-Pair. Und wir setzen mal... 2, 5 rein. Er will sehen. Ja, wir setzen nochmal... 2, 5 rein. Und er geht raus. Das war gut. Das war sehr gut, Freunde. Wir haben ihn bei den Eiern. Wir haben ihn bei den Eiern. Ah, für 400 will ich sehen. 7, 8 kann man wirklich mal treffen. Oder auch nicht. Oder auch nicht. So. Geht er weiter rein? Nein, er schiebt. Aber er wird ein bisschen was auf der Hand haben. Vielleicht sogar den König ersetzt. Ja. Gehen wir raus. Jetzt müssen wir... Jetzt müssen wir raus. So, Ass 9. Wir setzen unser Ass. Ja. Wir setzen unser Ass mal mit 500 rein. Geht er gleich raus. Haben wir den Pott gestohlen, wie man so schön sagt. Wobei, wir hatten ja was. Da mit 3. Ja. Können wir auch einmal 200 rein sehen. Ja. So. Er müsste halt die Einsätze erhöhen. Habe ich das schon mal erwähnt? Ich weiß es nicht. Normalerweise ist das so, alle paar Runden erhöhen sich die Einsätze. Und dann geht er sich nämlich ein bisschen fixer. Dann kann man auch ein bisschen aggressiv spielen. 8, 2. Ja, er will sehen. Wir haben die 2 getroffen. Gehen wir mal rein. Er will sehen. Ja, wir schieben mal. Er schiebt auch. Und ein König schiebt auch. Ja, weil er deckt immer nicht, er deckt immer alle Karten zusammen auf. Deswegen bin ich da immer so ein bisschen verwirrt. So, wir gehen mal rein. 6, 9. Beides Kreuz. Alter Verwalter. Jetzt spielt er aber wirklich. König 2. Können wir mal den König ein bisschen. Er will nur sehen. Die 2 getroffen. Gehen wir mal defensiv rein. Er erhöht nicht. Wir schieben mal. Mal gucken. Er setzt 900. Gehen wir raus. Gehen wir raus. Wenn er 8, 9, 10 irgendwas getroffen hat, liegt er vor uns. So, 5, 6 ist nicht so doll. Oh, 4, 5, 6, 7. Wenn er nicht viel gibt. 4, 5, 6, 7. Keine Straße. Kein Flasch für uns. Und er hatte halt die höhere Highcard, glaube ich. So, wie ich es gesehen habe. Ass, 9. Also Respekt, wer jetzt noch dran ist, Freunde. Hier bei dem spannenden Pokerduell. Jack Boys gegen Avi Carlos. Wir spielen 8, 10. Und spielen das Ass mal mit 500 an. Wir haben die 10 getroffen, Freunde. Deswegen gehen wir direkt mal mit 2000 rein. Er will sehen. Die Dame. Wir schieben mal. Wir gucken mal, was er reinhaut. Nichts. Und wir haben das Ass getroffen. Das heißt, wir setzen jetzt mal volle Kanone, damit er all hingehen muss. Das macht er aber leider nicht. Schade. Schade, schade, schade. So, König, 9. Und er legt weg. Er blutet langsam aus. Carlos blutet langsam aus. Wir haben ein Dreierpärchen. Das spielen wir mal hoch an. Nutzt ja alles nichts. 7, 9. Karo. Kann man auch mal. Kann man mal spielen. Ach, Mensch, Carlos. Du musst mal ein bisschen was investieren hier. 4 Bube schieben. Spielt er an? Nein, er spielt auch nicht an. Wird also auch nicht viel haben. Boah, nichts getroffen. Spielt er an? Nein. Wir haben die 4 getroffen. Wir setzen. Ja, dann ist er schon wieder raus. Das ist natürlich sehr schade. Weiter geht's. Ass 2. Mensch, Carlos. Das dauert zu lange. Du musst auch mal ein bisschen was auf der Hand haben. Und ein bisschen. Oh, Park König. Wir spielen mal 200 an. Ah, will er sehen. Okay. Wir setzen mal 500. Die 10. Und jetzt komm. Wir hauen alles rein. Ach, shit. 3, 5. Komm, wir setzen jetzt jedes Mal. Bisschen anfüttern. Erhöht um 700. Wir erhöhen nochmal. Ist ein Bluff. Ist ein Bluff. Aber da müsste er nämlich all in gehen. Oh, geht er auch. Schade. Jetzt müssen wir natürlich gucken. Nichts getroffen. Alles Pech. Doof. Na, fuck. Ja, naja. Das war natürlich. Ja. Oh, er setzt schon wieder. 6, 3. Ei, 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 ei. 6, 7. Komm, wir setzen mal. Er will sehen. Ah, nichts getroffen. Schade. Er schiebt auch. Wir haben die 6 getroffen. Er setzt 800. Da komm, wir gehen mit. Wir gehen mit. Wir spielen auf die 6, was natürlich niedrigstes Niveau ist. Niedrigstes Niveau. Aber jetzt zu viel im Pott. Jetzt bezahlen wir mal mit. Und er hat Königbube. Ja, wir hatten. Er hatte nix. Er hatte nichts. Och, und jetzt ist er schon wieder raus. Also, er spielt auch ein bisschen komisch. Naja. Zwischendurch mal Bluffen kann man ja machen. So wie wir jetzt immer. Wir spielen natürlich unsere Leadership hier ein bisschen aus. Müssen wir auch machen. An dieser Stelle ein bisschen aggressiv spielen. Was sich bei den niedrigen Pots natürlich nicht so wahnsinnig lohnt. Und aber auch die 200 sind immer. Oh. Er hat erhöht. Dann legen wir weg. Legen wir weg. Ja. Das war mir nix. So. Gucken wir mal. 2, 6. Wir schieben. Er schiebt auch. Wenn wir jetzt was treffen. Wir haben die 6 getroffen. Die spielen wir mal gleich an. Ja. Weiter geht's. 6, 7 schieben. Er schiebt auch. Hat also offensichtlich auch nicht so viel. Wir haben die 6 getroffen. spielen wir mal an. Hätte er ein Ass. Hätte er glaube ich höher gespielt. Jetzt haben wir die 7 noch getroffen. Kommt Freunde. All in. All in. All in. All in. Also zumindest so, dass er all in gehen müsste. Macht er nicht. Macht er leider nicht. Vielleicht hätten wir noch ein bisschen weiter anfüttern sollen. 45 Minuten haben wir schon auf der Uhr. Sehr, sehr cool Freunde. Pokern mit Lumi hier an dieser Stelle. Na warum denn nicht? Ass 2. Ass 2. Wir spielen das Ass wieder ganz locker an. mit dem dreifachen Pott. Und das ist ihm schon zu viel. So, Dame 4. Setzen wir auch. Einfach, dass wir mal ein bisschen... Dame 4. Wir haben Karo. Herz. Schade. Keine Chance auf den Flasch. Er schiebt auch. Hat anscheinend auch nicht so viel. Dann schieben wir uns hier mal. Gehse. Er setzt 600. Er setzt 600. Vielleicht hat er die 10 getroffen. Den Buben getroffen. Ist mir nix. Ist mir nix. Wir hatten nix. So, 6, 3. Wir setzen einfach mal. Einfach mal 500 reinsetzen. Oh, er will sehen für 500. Er will sehen. 3, 4. Oh, mit der 5 hätten wir eine Straße, meine ich. 2, 3, 4. Ja, die 5 fehlt, Freunde. Die 5 fehlt. Und 2, 3, 3. Jetzt haben wir ein Dreierpärchen. Setzen wir noch mal vorsichtig 600 halben Pott. Er will sehen. Er hat ein paar, hat das höhere Pärchen gehabt. War okay gewesen. War okay gespielt. Damit 3. Er setzt 600. Wir könnten jetzt bluffen. Aber da wir den guten Carlos kennen, Freunde, wissen wir, wenn er am Anfang gleich was setzt, dann hat er was. 7, 10. Karo. Da können wir mal was setzen. Da können wir mal locker was setzen. Guck mal, die 7 getroffen. Wenn er jetzt natürlich 2 Kreuz hat, haben wir ein Problem. Aber dann würde er wahrscheinlich erhöhen. Also wir gehen mal mit 1000 rein. Er will nur sehen. Er will nur sehen. Wir haben immer noch das höchste Paar. Wenn er nicht ein Paar auf der Hand hat. Das heißt, wir gehen mal mit 2000 weiter rein. Er will sehen. Karo nutzt uns nichts. Wir schieben mal. Mal sehen, was er setzt. 1300. Wir erhöhen noch mal. Wir spielen jetzt einfach die 7 aus, Freunde. Wir erhöhen noch mal. Auf 3, 5. Er geht all in. Und hat 2 Pair. Scheiße. 7, 5. 7, 5. Wir setzen, Freunde. Wir setzen. So. 2, 9. Wir setzen wieder. Wir müssen jetzt mal aggressiv hier. Egal. Wir müssen auch unsere schlechten Beginnkarten mal halbwegs gut setzen. In der Hoffnung, dass wir vielleicht was treffen. Dass er mal mitgeht. Und dass wir dann ordentlich was abräumen. Der letzte Move war natürlich nicht so wahnsinnig toll. Oh, erhöht. Aber wir wollen sehen. 3, 10 wollen wir sehen. Schieben. Nichts. Nichts getroffen. Ja, völlig unsinnig. Brauchen wir jetzt auch nicht spielen. Noch sind wir vorne, Freunde. Noch sind wir vorne. 6, 7 kann man mal spielen. Bring halt nichts, die kleinen Einsätze. König 3. Muss mal gucken. Er erhöht. Legen wir weg. 7, 9. Spieler gar nicht. Ass, 9. Will er auch nicht haben. Ass, 9. So. Dame, 6. Beides Peak. Können wir mal schieben. Kein Glück gehabt. Kein Peak gekommen. Oh. 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 Split Pot. Split Pot. Split Pot. Einmal geteilt. 2, 3. Ist nun nicht so wahnsinnig pralle. 2, 3, 6, 7. Das bringt uns nichts. Nichts. Straße. Jetzt haben wir ein Dreierpärchen. Jetzt haben wir ein Dreierpärchen. Da können wir mal 500 setzen. Und da ist er schon raus. 13. Wir gehen mal rein. Er will sehen. So. Wenn wir jetzt was treffen. Wir haben die 3 getroffen. Wir haben die 3 getroffen. Vielleicht hat er ein Ass. Das wäre natürlich schwierig. Er will auch sehen. Oh. Noch ein Ass. Die Wahrscheinlichkeit, dass er ein Ass hat, ist relativ gering. Oder? Komm. Wir gehen all in. All in, Freunde. Also. So, dass er all in gehen muss. Und dann sind wir natürlich auch fast. Er geht all in. Mit dem Dreierpärchen. Er hat ein Drilling. Er hat das Ass gehabt, Freunde. Dumm gelaufen. Bube 3. Ja. Schade. Wir gehen jetzt eigentlich jedes Mal all in, ehrlich gesagt. 10. 2. Schade, dass es keinen Knopf gibt, hier all in zu gehen. 9. 5. Auch damit gehen wir jetzt all in. Das bringt ja hier nichts. Wir könnten stundenlang so weitermachen. Gewinn 7. 7. Ist ja Quatsch. 200 haben wir gewonnen. Ass 3. Boah. Ah ja. Schade. 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 Und das war's gewesen. Der Gewinner ist Avi Carlos, Freunde. Kein Problem. Eine nette Pokerrunde mit dem Lumi. Eine mega lange Folge. Ich hoffe, du hattest trotzdem ein bisschen Spaß. Und wir sehen uns mit dem regulären This is the Police wieder in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschau, tschüss. Dein Lumi.